Like, you can't take it back, no I've got so much left to say, no Yo meine Freunde, was geht man herzlich willkommen zu einem Infovideo Wie ihr schon am Titel seht, wir sind Partner, von wem sind wir Partner? Von MMOGA, also diese Website kennt wahrscheinlich jeder von euch Ist einfach eine Website, worüber ihr Spiele-Keys kaufen könnt Coins in FIFA oder andere In-Game-Währung bei verschiedenen Spielen Und wir sind einfach jetzt Partner mit MMOGA zusammen Das hat für euch erstmal insofern keine Auswirkungen Außer, dass ihr jetzt vor jedem Video dieses Intro sehen werdet Und vor jedem FIFA-Video dieses Intro Und dann wahrscheinlich noch unser normales Intro oder nicht, ja da müssen wir uns noch absprechen Je nachdem wie lang das ist oder wie die Resonanz dazu ist, ob das dann zu lang ist am Anfang Aber jetzt die erste Sache, warum haben wir das gemacht? Das haben wir einfach deswegen gemacht, damit wir Serien, Projekte auf YouTube leichter realisieren können Und auch leichter finanzieller unterstützen können Zum Beispiel eine FIFA-Serie Wenn es halt eine aufwendige Serie ist, so eine Road to Glory oder so Die wird viel kosten So FIFA-Points mäßig oder so, weil Man halt sich dann immer bei einer Road to Glory Man belohnt sich ja am Ende damit, wenn man Spiele gewinnt oder so Und das würde halt einfach viel kosten Dieses Geld, das haben wir momentan nicht Das können wir als Schüler nicht in YouTube reinstecken Weil wir halt auch noch, ja zum Beispiel Spritgeld oder solche Sachen Das müssen wir halt auch noch bezahlen Und dann ist halt so ein Nebenverdienst immer was Schönes Vor allem halt über so ein, ja mit so einem Sponsor zusammen wie MMOGA MMOGA kennt ja wahrscheinlich jeder von euch Jeder hat schon mal was über MMOGA gekauft Sei es Arma 3, sei es GTA All diese ganzen Spiele hat man bestimmt schon mal darüber gekauft Und ihr könnt einfach auf den Link in der Beschreibung gehen Und euch darüber halt ein Spiel kaufen Das muss dann auch nicht heute sein Oder sonst irgendwann Einfach wenn ihr sagt, da ist ein cooles Spiel rausgekommen Oder ihr habt jetzt Interesse an einem Spiel Könnt ihr auf diesen Link gehen Und dann uns damit unterstützen Halt wenn ihr da was kauft, sagen wir jetzt ein grobes Beispiel Ihr kauft ein Spiel für 10 Euro Da würden wir von diesen 10 Euro 1 Euro abbekommen Und das ist halt je nach Spiel und sowas unterschiedlich Deswegen Das ist der Grund, warum wir das gemacht haben Halt um Projekte realisieren zu können Und wir haben dann halt gezielt MMOGA ausgewählt Weil MMOGA unserer Meinung nach ein seriöser Sponsor ist Wir mussten davor ja nichts großartig testen MMOGA ist eine Seite, die schon seit Jahren etabliert ist Und die einfach Ja, die gefestigt ist Wo man jetzt keine Angst haben muss, dass die irgendwann einfach Weg ist Weil die halt nicht mehr das haben, um das zu finanzieren Und auf MMOGA gibt es halt immer wieder neue Angebote Die auch reizbar für euch sein können Und deswegen Dachten wir uns, nehmen wir eben diese Seite Ja, also wie gesagt Erster Link in der Beschreibung Das ist der Link, der halt Uns unterstützen würde, wenn ihr darüber was kauft Das war's auch mit dem Infovideo Wenn noch Fragen sind, schreibt in die Kommentare Wir werden die gerne beantworten Tschau Leute, haut rein